Hallo und herzlich willkommen auf dem Auto von der Stefanie. Wir fahren jetzt auf die Messe. Wir fahren jetzt auf die Messe? Theresa, was sagst du eigentlich dazu? Ich freue mich schon. Das klappt man hier sofort. Ja, ihr habt es schon gehört, wir waren auf der Messe in München. Und wir haben uns dieses Jahr gedacht, wir nehmen euch heute einfach einmal mit und haben für euch eine kleine Messetour gefilmt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer Messetour und ich werde euch am Ende nochmal ein kurzes Feedback abgeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Fazit der Messe für uns ist, wir haben ein paar neue Trends für euch aufgespürt. Die werdet ihr in den nächsten Wochen auch in verschiedenen Videos einmal kennenlernen. Wir werden für euch mal ein paar Stylings zusammenstellen und hoffen, dass euch die neuen Trends genauso gut gefallen wie uns. Ansonsten gibt es natürlich technisch auch ganz viele Neuerungen. Ihr habt auch ganz kurz im Video gesehen, dass die Virtuellbrille natürlich auch in der Optik eine große Rolle spielt. Und ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, was 2017 alles so Neues kommt. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!